Nach so einer wunderschönen Einstimmung läuft uns an, dass ich jetzt drüber schreibe, dass wir fast ... ... ... dass wir versuchen, in der Öffnung ohne Pleiten und Bannen ... ... dass wir versuchen, in der Öffnung ohne Pleiten und Bannen weiter zu fahren ... 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 Und das Kraft der Freien und Bürgermeister, das wir heute hier stehen haben, um zu zeigen. Das wir heute hier stehen, um einen wunderschönen Schulzug zu eröffnen. Sie hat mir gern zu Beginn beim Pater Adam und beim Pater Janz, die ich herzlich begrüße, für die schöne Messgestaltung bedanken. Und einen besonderen Dank und einen besonderen Applaus an unsere lieben Aussies und ihre Stimme. Und wir sollten den Applaus, die wir so schön von Anfang an mitgestaltet haben. Ein besonderes Grüß Gott und einen besonders schönen Gruß hervorragend unseren Landesaufmann-Chefredräter Augustin Wolfgang Sobotka-Richten, der nicht nur immer wieder gerne zu uns kommt, wenn er das ausschaut, was er jetzt holt. Das ist sein Recht. Sondern er hat schon, glaube ich, ein bisschen uns zu Herz geschlossen. Lieber Wolfgang, ein herzliches Grüß Gott und ich freue mich immer, was Sie zu uns haben. Weiters besonders begrüßen wird der Bundesrat Friedrich Heinz ab. Unser Besuchsaufmann Dr. Martin Steiner ist zu uns gekommen. Martin, herzliches Grüß Gott. Applaus Und den Bürgermeister, ist ein sehr zahlreicher gekommen. An alle ein Dankeschön. Werber stellvertretend den Bürgermeister, die VV Ocken und das Benediktieren, Johann Köppenlüs. Applaus Ich stehevertretend für alle Gemeinderäte, das Schandorf und das befreienden Vizepilgermeister Schandorf in Rudolf Rackal. Applaus Und an jeden herzen Beginn drei Herren begrüßen, die wirklich viele sind, die sehr wesentlich zu unserer Entstehung und die viel Blut geschwitzt haben bei den Ganzen, die dabei waren. Und zwar ist das von der Firma BV, der Markus Röndler, von der Helmut Weidrich, das ist die Gemeinderäte von Rhein, der Matthias Hirschmann, auch der Matthias Grießmüller, als stellvertretender Chef der Schulgemeinde. Die drei Herren waren sehr, sehr impulsiert in das Ganze und haben viel Zeit damit verbracht, dass das so entstanden ist. Und auch meine beiden Damen, Karl Singer und der Hans Singer, die beiden Singern sind die Gemeinderäte, haben wirklich viel dazu beigetragen, dass es nicht funktioniert, aber für diese Sicherheit gesiegt. Die vier oder fünf Jahre bin ich ganz herzlichen Dank und grüß. Applaus Applaus Ein herzlichen Gruß gilt auch an den Menschen, der irgendwo sehr stark verantwortlich ist dafür, dass dieses Gemeindeheit besteht, dass wir nicht dazu gehören brauchen. Das ist unser Altbürgermeister, unser Tierarzt Franz Rupp, der wirklich in einer weisen Entscheidung diesen Platz getroffen hat und diesen Standort gewählt hat. Und wir hier heute in der siebten Klasse in der Schule mit einer Veranstaltungshalle, also unser eigenes Leben, natürlich Franz. Applaus Zum Schluss, die Wichtigsten. Die Kinder und natürlich die Frau Direktor Hans-Usthausen mit ihrem Team. Auf euch ein herzliches Gruß Gott. Danke, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt. Applaus Ich danke, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt, zum Glück das alles Programm von euch zusammengestellt habt. Und in diesem Sinne erfährt die Frau Ex-Direktorin, die sich deshalb im Sprichwort ein bisschen aus der zweiten Reihe bereits ausschaut, wie ihr die Kulturarbeitsherritte begrüßt. Applaus Und ganz zum Schluss, die ausführlichen Firmen ODD, der ist nie gegangen, das Feuerwehrkommandos und die Freien AD unterstützen uns immer tatkräftig. Und natürlich Sie meine Damen und Herren, die ihr heute da seid und dieses Fest mit eurer Anwesenheit zu uns umrandet. Und ein herzliches Gruß Gott und die Freien meiner Serien von ODD. Applaus 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 Ihr wisst, was ist denn das? Es ist ein Zauberwort. Ich schreibe dir alles, was du magst uns da. Ich mag dich so, den Blut. Ihr wisst, was ist denn das? Es war nur so, nicht so. Ein Teeflaschen. Werte Herren Gäste, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und allen anderen, die heute mit uns feiern. Auch ich möchte sie, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Unsere Kinder haben es gerade gesungen, ich wünsche dir eine Wohlfühlwolke, mit ihr geht's dir gut. Dieser Wunsch hat sich für uns erfüllt, wie Sie sehen, hängt hinter mir bereits so eine Wohlfühlwolke. Wenn Sie diese genauer betrachten, werden Sie merken, dass sie aus vielen kleinen Röckchen besteht. Mit dem Zubau und einer modernen Computeranlage ist für unsere Kinder erneut Lebensraum geschaffen worden, der den Bedürfnissen und der Entwicklung der Kinder sehr entgegenkommt. Und es ist Platz geschaffen worden für eine zeitgemäße, eine gewendige Republik. So stelle ich mir schon da vor. Eine Oase des Wohlfühlens. Wo Entdecken des Nachhaltiges, Lernen und Lernen möglich ist. Im Namen unserer Kinder, denn sie sind unser höchstes Gut, möchte ich mich bei allen bedanken, die zur Umsetzung dieses großartigen Projektes beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt meiner Vorgängerin Frau Oberschulrätin Gertrude Turner und Herrn Bürgermeister Landeskamerad Otto Auer. Sie hat bis 31. August diesen Jahres unsere Schule geleitet. Er ist der Obmann der Schulgemeinde Löffleinschander. Und beide haben gemeinsam mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intensiv daran gearbeitet, dass der erforderliche Neubau in so kurzer Zeit geplant, durchgeführt und pünktlich mit 5. September diesen Jahres in Betrieb genommen werden konnte. Besonders bedanken möchte ich mich an den Eltern. Bitte, Mama.